Wie? Ihr habt immer noch keinen geeigneten Namen? Nein, das ist nicht so einfach Also, ich habe ja so'n Faible für französischen Namen. Yvonne, Yvette, Jacqueline Warum nicht? Was meinst du? Warum nicht gleich Chantal? Ach nee, das klingt so'n bisschen nach, ähm... Eben Erzähl doch von dir, wie läuft's in der Kanzlei? Naja, solange geklagt wird, kann ich nicht klagen Ja Naja, der war ja wohl nicht so gut Aber die Auftragslage ist wirklich gut Ja Naja, und von eurem Hausbau gibt es wirklich nichts Neues? Wir waren neulich mal wieder draußen, viel ist noch nicht zu erkennen, stimmt's? Hm Soll das jetzt noch stundenlang so weitergehen? Wie, was denn? Entschuldigt, aber ich halte das nicht mehr aus Ich weiß nicht, was du meinst Das merkt doch ein Blinder, wie's zwischen dir und Lars knistert Das stimmt doch gar nicht Bist du ganz, ganz sicher? Macht was ihr wollt, aber ich sehe mir diese verstohlene Flörterei nicht mehr mit an Susanne sollte mal überlegen, ob sie nicht doch mit Lars ins Bett geht Dann hätte sie endlich Klarheit über ihr Gefühle Und du auch Untertitelung des ZDF, 2020